Die Synaxan ist eine Verbundgruppe für unabhängige IT-Händler. Unsere Kerndienstleistung ist, dass wir Einkaufsmengen bündeln, um damit Preisvorteile für unabhängige Händler zu bekommen. Zusätzlich machen wir Marketingdienstleistungen und auch Hortransfer und Ausbildung für die. Ihr seid jetzt so 2006 in die Schlagzeilen geraten, weil ihr eure Unternehmensorganisation im Prinzip komplett umgestellt habt, ganz klar auf Wikis umgestellt habt. Was war die Organisation vorher? Wo sei dahin, erst mal die Darstellung dessen, was er eigentlich rein organisatorisch in der Struktur, in der Ablaufstruktur vom Unternehmen gemacht hat? Also wir waren bis 2006 ein ganz klassisch organisiertes Unternehmen mit einer Aufbauorganisation, die einer normalen Linienorganisation entsprach. Und wir sind dann in einen Zustand reingeraten, der sich ja zunehmend uneffektiv erwiesen hat. Das hatte was mit sprunghaften Wachstum zu tun. Wir haben durch Akquisition neue Unternehmensbereiche dazu bekommen. Und wir hatten schon den Wunsch, dass wir eine effizientere Unternehmensorganisation finden, die es uns ermöglicht, mit dem gleichen Personal eine viel größere Anzahl von Partnern und Dienstleistungen zu managen. Und das hat ungefähr der Wunsch damals war, dass wir eine Effizienzsteigerung von Faktor 4 hinbekommen, ohne dass wir ein neues Personal einstellen müssen. Das war die Ausgangssituation. Technisch war das abgebildet mit einem ganz klassischen rechten Rollensystem auf dem Server und einem normalen hierarchischen Intranet, in dem nicht jeder schreiben konnte, was er wollte. Als klassische Organisationsstruktur waren das einzelne Abteilungen. Jetzt habt ihr eine Matrix. Ihr habt unterschiedliche Führungskräfte auch, Arten von Führungskräften. Drei. Wenn du das einfach vielleicht nochmal erläutern könntest. Wir haben einmal immer noch den klassischen Linienmanager, den Abteilungsleiter, der in erster Linie die Funktion der Ressourcenzuteilung hat. Das heißt also, die Linie vertritt das Kapital und wir treffen Ressourcenentscheidungen stellvertretend für die Eigentümer des Unternehmens. Das ist die normale Linienorganisation, die es heute in Ansätzen immer noch gibt, aber die eben auf die Funktion Ressourcenzuteilung reduziert ist in erster Linie. Die weitere Rolle, die wir haben, ist dann der Prozesseigner. Das muss nicht zwingend der gleiche Mensch sein, der über die Ressourcen zu entscheiden hat. Der Prozesseigner ist verantwortlich für die Ergebnisse von Prozessen, die quer durch die Aufbauorganisation durchgehen. Und die dritte Führungsrolle, die wir haben, ist der Projektleiter, der auch meistens Leute führen muss, die aus unterschiedlichsten Abteilungen kommen. Das heißt also, die liegen schön überkreuzt, die Funktionen. Projekt, Prozess und Aufbauorganisation ist also eine echte dreidimensionale Matrix. Zu was hat denn das geführt bei den Führungskräften? Ich meine, weil die haben ja komplett andere Zuständigkeiten. Das überlappt sich sogar. Bringt es kein zusätzliches Konfliktpotenzial? Das bringt nicht nur zusätzliches Konfliktpotenzial, sondern das kann auch dazu führen, dass das Unternehmen in Abstimmungsorgien und Mitzeichnungsorgien einfach absäuft und sich lähmt. Weil das kann man ja ganz plastisch an einem Projekt schon zeigen. Wenn man ein Projekt hat, in dem Mitarbeiter aus mehreren Abteilungen arbeiten, die zusätzlich aber auch noch in ihrer Abteilung arbeiten, dann müsste ja normalerweise laufend ein Abstimmungsprozess über die Ressourcen zur Teilung stattfinden. Und auch, wer gibt jetzt eigentlich welche Freigehabe? Das führt zu einer Komplexität in einem Entscheidungsprofil, wo wir damals schon erkannt haben, das ist mit klassischen Methoden, also mit rechten Rollensystemen und einer Linienorganisation allein nicht mehr zu beherrschen. Das heißt, einfach auch diese organisatorische Umstellung hat dazu geführt, dass er im Prinzip andere Tools braucht. Ja, und andere Führungsprinzipien. Also wir haben ja vorher auch normale Führungsprinzipien gehabt, das heißt, grundsätzlich steht jede Veränderungsmaßnahme unter Freigabevorbehalt einer Führungskraft. Grundsätzlich hat jeder nur Zugriff zu den Informationen, mit denen er zwingend arbeiten muss und alles andere muss extra freigeschaltet werden. und jede Änderungsmaßnahme war also in einem Freigabeprozess drin. Und das haben wir dann geändert. Wir haben gesagt, grundsätzlich darf jeder alles sehen. Das erste ist also Volltransparenz und wir definieren nur einen klitzekleinen Kern von Informationen, der geheim sein soll, also der wirklich nur bestimmten Rollen zur Verfügung steht. Was bei uns dazu geführt hat, dass über 99% aller Informationen heute unter Transparenz stehen. Jeder kann das sehen. Also jeder kann sehen, an welchen Projekten ich arbeite. Jeder kann sehen, was die anderen Abteilungen, die anderen Projekte gerade treiben. Und das zweite, viel wichtigere war, dass wir dieses Freigabevorbehalt auch nur noch als Ausnahme gemacht haben und gesagt haben, jeder darf alles ändern und jede Änderung gilt auch sofort, ohne dass es einer Freigabe bedarf, bis auf wenige explizit definierte Ausnahmen. Und ich bin mir relativ sicher, dass wenn wir das nicht gemacht hätten, die Matrix-Organisation, wie wir sie heute haben, nicht funktionieren könnte. Jetzt gibt es ja auch viel Diskussion immer darüber, was ist eigentlich Enterprise 2.0. Eine relativ enge Definition ist die, dass Enterprise 2.0 eigentlich Einsatz von Social Media im Unternehmen ist. Eine andere Definition geht einher mit den Wertevorstellungen eines Unternehmens auch. Ihr habt jetzt ganz speziell nochmal in diese Open-Source-Community reingeguckt und geguckt, was da passiert ist. Was heißt denn für dich, als derjenige, der das auch alles eingeführt hat, als Enterprise 2.0? Enterprise 2.0 heißt für uns auch erstmal Einsatz der wesentlichen Werkzeuge, von Web 2.0-Werkzeugen im Unternehmen. Bei uns ganz stark fokussiert auf das Thema Wikis und Blogs. Wikis noch stärker als Blogs. Aber unter Nutzung der wesentlichen Prinzipien offener Projekte, wie Linux oder Wikipedia eben. Und das sind die, die ich eben schon mal kurz angerissen habe. Transparenz auf der einen Seite, also die Kultur des ungeteilten Teilen, des ungehinderten Teils von Information und eben, dass ich, wenn ich mir sicher bin, dass ich was machen möchte, dass ich es auch kann, ohne dass mich irgendwas dran hindert. Also da glaube ich, die Abschaffung von Freigabeprozessen bildet neben der Transparenz den größten Unterschied zwischen einer klassischen Unternehmensorganisation und der Organisation eines offenen Projektes. Ich brauche bei Linux niemanden Fragen, wenn ich ein zusätzliches Feature schreiben möchte. Ich brauche bei Wikipedia keine Fragen, wenn ich jetzt einen neuen Artikel schreiben möchte. Ich brauche auch keine Fragen, wenn ich den Artikel ändere, sondern ich tue es dann und habe dann aber auch die Verantwortung für diese Änderung und muss eben dann auch mit dem Feedback des Netzwerkes dann auch klarkommen. Wiki ist ein ganz, ganz zentrales Element bei euch. Was heißt denn der Wiki-Einsatz für euch? Neben dem Transparenz, was jetzt noch gesagt hast, was löst es denn aus? Also Wiki ist für uns einmal ein Informationsmedium, es ist aber auch ein Kollaborationsmedium und wir haben im Prinzip das Ding auch als Organisationsgestalten mittlerweile. Das heißt also, es passiert relativ häufig, dass sich organisatorische Einheiten im Wiki bilden und dann auch, dass die Organisationen des Unternehmens darstellen, das passiert. Also es ist Zusammenarbeit, es ist Wissen teilen, es ist organisationsbildend und dadurch natürlich auch ein starker Innovationstreiber. Das ist also das, was unser Wiki heute für uns darstellt. In welcher Form Innovationstreiber? Dadurch, dass man niemanden hindert, daran innovativ zu sein, findet Innovation plötzlich auch statt. Das ist das Wesentliche. Also Abbau der Hürden für Innovation. Und das treibt die Entwicklung. Also es gibt keinen Inzentivierungsprozess dahinter noch oder Ähnliches, sondern allein die Tatsache, dass ich jetzt innovativ sein kann, einen Prozess verbessern kann, einen Artikel verbessern kann, eine Organisation ändern kann, führt dazu, dass es tatsächlich auch passiert. Das heißt, das Wiki ist euer Intranet. Unter anderem Intranet und Kollaborationstool. Also ein klassisches Intranet in einer anderen Form mit Dokumenten, irgendwie diese ganzen Dokumentenbäume, wie sie aus Windows oder so kennt, gibt es in der Form. Gibt es bei uns so nicht mehr. Und die meisten Intranets, die ich kennengelernt habe, sind ja kein Zusammenarbeitswerkzeug, sondern ein Informationswerkzeug. Und das ist bei uns in einem Werkzeug zusammengelegt. Das heißt also, Wiki informiert nicht nur, sondern es wird tatsächlich in diesem Wiki auch gearbeitet. Da wird nicht nur Wissen erzeugt, sondern da laufen die Projekte ab, da laufen die Prozesse auch ab. Was heißt jetzt das für den Arbeitsbereich zum Beispiel für dich? Viele Managers sagen ja, ich habe da keine Zeit, da auch noch rein zu gucken. Du vertrittst ja die Meinung, dass du sagst, das ist dein Job, da rein zu gucken oder die Job des Führungs. Das ist deine Arbeit. Das ist mein Arbeitsinstrument. Also wenn ich heute ein neues Konzept schreibe für die Marke PC-Spezialist oder neues Strategiepapier, dann schreibe ich das im Wiki und nirgendwo anders. Und das führt eben dazu, dass man mir nicht nur live beim Arbeiten zugucken kann, sondern dass man auch sehr früh sieht, was ich plane, was ich mache und dass man auch mitwirken kann sofort. Das heißt also, wenn jemand der Meinung ist, seine Fähigkeiten sind gut gefragt, dann macht er das, unabhängig von seiner Stellenbeschreibung und arbeitet dann mit mir zusammen an diesem Artikel. Was treibt denn die Leute, da mitzumachen? Was ist denn da deine Erfahrung? Warum machen die mit? Also ich glaube, dass unsere Mitarbeiter schon alle gemeinsam mit uns das Interesse haben, ein erfolgreiches Unternehmen betreiben zu wollen und sie wissen einfach, dass es zum Unternehmenserfolg beiträgt. Jetzt mal wirklich auf so ein paar Hard Facts zu sprechen zu kommen. Was hat diese Umstellung, die er da 2006 gemacht hat, wirklich, ja, wo sei er damit hingekommen? Produktivitätssprung, hast du vorhin gesagt. Wie würdest du den beschreiben? Also ich würde den Produktivitätssprung quantitativ und qualitativ beschreiben wollen. Und wenn wir mal den qualitativen zuerst nehmen, dann sind wirklich alle unsere Erwartungen dramatisch übertroffen worden. Wenn man so ein Wiki mit den Prinzipien einführt, hat man zwei Risiken. Das erste Risiko ist Missbrauch. Das zweite Risiko ist, das Ding stirbt einfach an Inaktivität. und wir haben in den vier Jahren ungefähr 80 Millionen Visits auf dem Ding gehabt und circa 330.000 Edits. Das heißt, also 330.000 Mal haben Mitarbeiter ein Dokument geändert. Und das Erstaunliche ist, also wenn man das jetzt auf Tagesbasis mal runterrechnet, haben wir so 500 Edits pro Tag zur Zeit. Und das Erstaunliche daran ist, dass die Fehlerquote dieser Edits gleich null war. Was heißt Edit genau für dich? Edit heißt, dass jemand ein Dokument ohne mit irgendjemandem Rücksprache zu halten ändert. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, erst auf die Diskussionsflasche zu gehen. Da komme ich später nochmal drauf und beim Qualitätsaspekt. Und diese schiere Masse von Edits, die wir haben, 500 pro Tag, bei einem Schnitt 120 Nutzern, die wir da drauf haben, sagt ja, dass wir vier, fünf Edits pro Tag von jedem da reingegeben werden. Und es ist auch tatsächlich so, dass die alte Web 2.0-Regel bei uns nicht gilt. Einer produziert, zehn kommentieren, 100 lesen, sondern bei uns produzieren alle. Das heißt also, viele machen wenig und nicht wenige machen viel. Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied zu Web 2.0 außerhalb von Unternehmen. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass es unser zentrales Arbeitsmedium geworden ist. Aber das sagt auch, dass fünf Edits pro Tag pro Mitarbeiter gar nicht so irre viel sind, wenn man bedenkt, wie viel eigentlich zu tun ist. Und also diese Edits mitzuverfolgen vollständig ist vollkommen sinnlos. Das würde auch zu viel Zeit kosten. Also wenn ich jetzt jeden Tag alle Edits mehr anschauen würde, käme ich zu nichts anderem mehr. Ich beschränke mich darauf, Dokumente, die mir wichtig sind, auf Beobachten zu setzen. Das sind 200 Artikel von 40.000, die wir drauf haben. Und da kriege ich dann Benachrichtigungs-Mails, dass da jemand was geändert hat. Ansonsten schaue ich mir Dokumente nur situativ an, wenn ich sie wirklich brauche. Was passiert, wenn was durchgeht? Es kann ja schon mal passieren, dass du irgendwas nicht auf Beobachten gestellt hast, ein anderer pennt auch noch. Und dann fängt es auf einmal an, Geld zu kosten, weil irgendjemand was editiert hat, was vielleicht dann doch nicht passt. Ja, also wir haben mehrere Sicherheitsfanglinien dahinter. Die wichtigste ist sicherlich, dass wir zwar auf der einen Seite als Unternehmen durch den Wiki-Prozess verpflichtet werden, auf der anderen Seite der Zahlungsvorgang aber abgekoppelt ist. Das heißt, man hätte theoretisch dann die Möglichkeit noch einzugreifen. Aber letztlich bleibt das Risiko natürlich, dass jemand uns auf einen astronomisch hohen Betrag verpflichtet. Da muss man auch ganz klar sagen, da bietet der Rechtsrahmen ausreichend Sicherheit. Also wenn das dann in den kriminellen Bereich reingeht, jemand, der uns vorsätzlich schaden möchte, nutzt das Wiki dazu, dann können wir das in letzter Konsequenz genauso wenig verhindern, wie das ein traditionelles Unternehmen könnte. Aber dann sind wir hier in Strafverkehrsbereichen, wo auch Organisationen selten hilft, das zu verhindern. Was wären die Quantitäten? Wir haben jetzt über die Qualität gesprochen. Der quantitative Produktionssprung. Also dadurch, dadurch, dass eben so viel stattfindet, ist das einfach für uns auch spürbar frischer geworden, was wir an Dokumenten da haben. Und die ganzen Beschreibungen, die Prozessbeschreibungen sind aktueller geworden. Was wir auch sehen können, ist, unser Wiki schläft nie. Das heißt also, während man früher relativ wenig Aktivität auf unseren Medien hatte, nach der Kernarberzeit, die endet bei uns um 18 Uhr, kann man heute sagen, unser Wiki ist Tag und Nacht im Betrieb und meistens wirklich 24 Stunden im Betrieb. Unsere Mitarbeiter haben auch von zu Hause aus Zugriff auf das Wiki und das ist wirklich nicht allzu selten, dass ein Mitarbeiter um 18 Uhr nach Hause fährt, Zeit mit seiner Familie verbringt und abends noch irgendwas im Wiki macht. Und wir haben auch ein paar schlaflose Kollegen offensichtlich, die dann auch um 3 Uhr, 4 Uhr noch was machen, Feiertagen und auch an Sonntagen auf dem Wiki ist immer was los. Jetzt hast du selber gesagt, für die Führungskräfte ist das eine erhebliche Arbeitsentlastung. Wie wirkt sich die aus? Ja, indem man einfach sehr viel weniger freigeben muss als vorher. Was heißt das ganz konkret? Wenn heute ein Mitarbeiter feststellt, seine Stellenbeschreibung ist fehlerhaft, ändert er sie einfach und eine Führungskraft muss nicht auch noch ein Freigabeprozess durchlaufen. Das ist schon außergewöhnlich, muss man sagen. Und setzt natürlich voraus, dass man stark darauf vertraut, dass das nicht missbraucht wird. Und es hat ja auch nie stattgefunden bei uns. Wenn es braucht. Genau. Am Anfang setzt man noch relativ viele Dokumente auf Beobachten. Alle Stellenbeschreibungen aller Mitarbeiter, alle Regeln, die irgendwie auch noch am Rande mit einem selber zu tun haben, das lässt dann irgendwann nach. Weil wenn man, wie wir, vier Jahre lang Beobachtungsmails bekommt und keinen einzigen Fehler entdeckt, dann konzentriert man sich irgendwann tatsächlich nur noch auf die wirklich wichtigen Dokumente. Das ist eine Arbeitsentlastung, die würde ich mit gut 80 Prozent beschreiben, die ich vorher mit Freigaben verbracht habe, die ich heute einfach gar nicht mehr mache. Und wo ich mich auf mein Vetorecht zurückziehe und von diesem Vetorecht bis jetzt nicht ein einziges Mal Gebrauch machen musste. Und es ist eben unwahrscheinlich, dass sich das in den nächsten Jahren jetzt bei uns dramatisch ändert. Du hattest auch vorher noch gesagt, dass sich die Einarbeitungszeit von neuen Mitarbeitern erheblich reduziert hat. Von gemessenen sechs auf sechs Monaten auf einen Monat runter. Das hängt in erster Linie mit der Dokumentationsqualität zusammen, weil eben unsere Dokumente als lebende Dokumente ständig frisch gehalten werden durch die vielen kleinen Edits, die wir dran haben. Kann neuer Mitarbeiter auch sicher sein, dass der Prozess, an dem er arbeitet, passend dokumentiert ist. Und das führt eben dazu, dass man sehr viel schneller eingearbeitet ist. Was sind weitere, so richtig effizient steigernde Kriterien noch, die einführen würdest? Also eine Führungskraft verbringt ja relativ viel Zeit in Meetings. Und Meetings werden selten als Quell großer Effizienz wahrgenommen. Das muss man einfach mal so sagen. Also wenn man jetzt Leute fragt, die häufig an Meetings teilnehmen müssen und ob sie das als eine effektive Veranstaltung ansehen, dann wird man selten hören, ja, das läuft alles super. Und bei unserem Wiki hat sich was Interessantes ergeben durch Zufall, ohne dass das irgendeiner geregelt hätte, dass man vor Beginn einer Besprechung mit einem Vorlauf von ein paar Tagen einen Wiki-Artikel mit der Agenda erstellt und jeder der Teilnehmer schreibt rein, über was er eigentlich sprechen möchte oder was entschieden werden soll in diesem Meeting. Und wir haben jetzt immer häufiger den Fall gehabt, dass ein großer Teil, also bis zu 80% der Agenda-Punkte erledigt ist, bevor das Meeting überhaupt stattgefunden hat. und das führt manchmal zu kürzeren Meetings, häufiger allerdings dazu, dass einfach locker mal die fünffache Menge von Themen im gleichen Zeitraum durchgearbeitet werden kann und dadurch hat sich schon eine ganz erhebliche Effizienzsteigerung ergeben. Was wir außerdem machen, ist, dass wir live im Wiki das Meeting mitprotokollieren, was nicht nur den Vorteil hat, dass das Protokoll findet, bevor das Meeting beendet ist. Und dann, dass von draußen was reinkommt. Wir geben über unseren Microblog-Jammer die Mitteilung, dieses oder jenes Meeting findet gerade da und da statt, mit dem Wiki-Link mit dazu und Kollegen, die das wirklich interessiert, aber nicht erweisern können, lesen dann die aktuelle Beschlusslage live mit. Ihr habt ja, das macht ja das nicht nur unternehmensintern, ihr habt jetzt zum Beispiel eine neue Online-Plattform gelauncht, die im Prinzip ganz klar in Konkurrenz tritt zu den Leuten, mit denen ihr eigentlich sehr, sehr oft kooperiert in eurem klassischen Geschäft. Wenn ihr jetzt mit sowas online geht, das bietet ja enormes Konfliktpotenzial. Ihr habt es offen und transparent im Wiki gemacht. Genau. Was ist jetzt passiert? Auch was sehr Erstaunliches. Normalerweise ist es so, wenn man heute einen Kanalkonflikt erzeugt als Franchise-Geber und mit einem eigenen Online-Shop in Wettbewerb zum stationären Handel geht, dann löst das eine Revolution aus. Und wir haben sehr früh alle Entwicklungsdokumente, alle strategischen Dokumente und alles, was mit dem Projekt zusammenhängt, im Wiki dargestellt, was eben dazu geführt hat, dass alle mitgelesen haben, live miterlebt haben, was wir da machen, sehr früh die Möglichkeit hatten, zu intervenieren, Hinweise zu geben, zu kommentieren. Und das hat dann letztlich das Ergebnis gehabt, dass es eine großflächige Zustimmung zu etwas völlig Ungehörigen gegeben hat, nämlich dass unsere Franchise-Nehmer gesagt haben, lasst diesen Online-Shop bitte unter unserer Marke stattfinden. Das ist etwas, was keiner unserer Wettbewerber heute im IT-Markt so machen kann. Also dezentrale Strukturen können sowas nicht. Wir konnten das. Und ich schreibe das auch sehr stark unserem Wiki zu, weil eben von Anfang an völlige Transparenz über die Vorteile, die Nachteile geherrscht hat. Wir auch ganz offen darüber kommuniziert haben, wenn was verheerend gelaufen ist. Und das hat letztlich dazu geführt, dass man gesagt hat, das ist vollkommen klar, die Verfolgung unserer Interessen, die verkasparen uns hier nicht, sondern die meinen das wirklich ernst. und die suchen den Interessenkonfliktausgleich und haben auch Input reingegeben, wie der aussehen könnte. Und das ist ein laufender Prozess, der sehr, sehr erfolgreich läuft zurzeit bei uns. Wie sieht denn dieser Interessenkonflikt tatsächlich aus? Naja, wir werben ja schuldig schon auch in die Vertragsgebiete unserer Partner rein und wir können gelegentlich deutlich günstigere Preise anbieten, als er stationär abbilden möchte und kann. Was ja grundsätzlich ein enormer Nachteil für ihn wäre. Genau. Es ist natürlich so, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, der Preisvergleich findet statt, ob der Laden unter PC-spezialis Amazon oder sonst irgendwas stattfindet. Das heißt also, wenn wir den Laden, den PC-spezialis Online-Shop abschalten würden, würde sich für den Partner nicht wirklich was verbessern. Und so hat er jetzt eine sehr erhöhte Aufmerksamkeit auf die Marke, weil wir sehr viel Werbung dafür machen. Und er kann im Zweifel sogar entscheiden, das Produkt lieber über den Online-Shop zu verkaufen, statt es selber stationär zu verkaufen, da eine Affiliate-Provision für zu bekommen. Und er ist an den laufenden Umsätzen, mit der Umsatzprovision beteiligt. Und wir gehen heute davon aus, dass wir schon 2012 in der Lage sein werden, eine negative Franchise-Gebühr zu erheben. Das heißt also, seine Einnahmen aus Provisionen werden wahrscheinlich dann schon höher sein, als die Franchise-Gebühr, die er zahlen muss an uns. Was ja eigentlich Wahnsinn ist. Ja. So fast schon als Schlusspunkt, ihr habt fünf Jahre später, nachdem ihr jetzt umgestellt habt, nach wie vor die gleiche Mitarbeiterzahl. Ja. Aber macht viel, viel mehr, habt neue Sachen angestoßen. Wenn man das mal wirklich in Zahlen ausdrückt, was ist denn passiert jetzt? Also wir haben heute mit der gleichen Mitarbeiterzahl dreimal so viele Partner und dadurch, dass wir jetzt eben Matrix organisiert sind, bieten wir unseren Partnern die vierfache Menge an buchbaren Leistungen, als er vorher hatte und wir belegen 25 Prozent unseres Personals mit einem zusätzlichen Projekt im Online-Handel. Also das sind die Zahlen. Viermal, dreimal so viele Partner, viermal so viele Produkte, die wir an unsere Partner als Dienstleistung zur Verfügung stellen und ein Viertel des Ladens beschäftigt sich mit sowas völlig anderem. Und das bei gleich beanderer Mitarbeiterzahl. Wir haben jetzt vorhin in unserem Vorgespräch noch drüber gesprochen, dass du jetzt selber als Initiator von diesem ganzen Prozess, das hier bestimmte Dinge im Nachhinein einfach auch viel, viel klarer noch geworden sind, was da so alles passiert ist. Was mich, was mich persönlich da jetzt am am meisten fasziniert hat, ist dieses Tit-for-Tat. Kann ich einfach nur mal erklären, weil das ist ja oft auch ein großes Diskussionsthema bei Unternehmen. Brauche ich eine kritische Massemenge, um sowas zum Laufen zu kriegen? Muss ich die Mitarbeiter dahin klopfen, dass sie es machen? Du hast eine mathematische Ableitung dafür sogar. Weißt du die lange oder die kurze Version? Da kannst du gerne die etwas länger machen. Ich mach's gerade noch mal. Das ist mir auch erst später aufgefallen, also eine nachträgliche Erklärung für etwas, was wir da einfach beobachtet haben. Und zwar gibt es ja in der Wirtschaftsliteratur ganz viele Analogien auf das Gefangenen-Dilemma. Die meisten sind nicht passend, muss man ganz klar sagen. Also da wird irgendwas hingebogen, dass das reinpasst. Ich glaube, wir haben es hier ausnahmsweise mal mit einer zulässigen Analogie des Gefangenen-Dilemmas zu tun. Und wir haben drei verschiedene Varianten vom Gefangenen-Dilemma. Einmal das, wo es um eine Runde geht. Dann ganz viele Runden, aber keiner weiß wie viele. Das ist das Interative. Und dann gibt es eben das Evolutionäre, wo viele Player gegeneinander antreten, nicht nur einer. Und das über mehrere Runden. Und bei dem einfachen Gefangenen-Dilemma ist die nicht-Kooperative Strategie die Dominante. Das heißt also, ich traue meinem Gegner nicht und gehe deswegen auf Nicht-Kooperation. Und das hat mal einen Wettbewerb gegeben, wo man Software hat gegeneinander antreten lassen, um herauszufinden, wie in einem mehr Runden-Iterativen Gefangenen-Dilemma die erfolgreichste Strategie ist. Und was zum Erstaunen der Fachwelt passiert ist, ist, dass der einfachste Algorithmus gewonnen hat. Das war Tit-for-Tet. Und Tit-for-Tet heißt, dass ich immer mit Kooperation beginne und danach das Verhalten meines Gegenübers Spiegel. Das heißt also, bleibt er kooperativ? Also ist er auch kooperativ, bleibe ich kooperativ? Wird er nicht kooperativ? Werde ich auch nicht kooperativ. So lange, bis er wieder kooperativ geworden ist. Das ist Tit-for-Tet. Und das war eben in mehreren Durchgängen die erfolgreichste Strategie. Und als man das dann in einem evolutionären Szenario gemacht hat, viele gegeneinander in mehreren Runden und dann die, die überlebt haben, wieder gegeneinander antreten lassen, dann hat man festgestellt, dass wieder Tit-for-Tet die erfolgreichste Strategie war. Allerdings mit der Einschränkung, dass wenn mehr als 90 Prozent der anderen Teilnehmer nicht kooperativ gestartet sind, Tit-for-Tet nicht mehr gewonnen hat. Das heißt? Man kann daraus ableiten, dass wenn ich in einer Umgebung bin, wo mehr als 90 Prozent nicht kooperative Teilnehmer sind, dann wird Tit-for-Tet nicht funktionieren. Aber wenn ich das jetzt weiterspiele in das Modell, könnte man sagen, wenn ich eine in sich abgeschlossene Organisationseinheit habe, wie ein Unternehmen, dass ich eigentlich nur dafür sorgen muss, dass ich mindestens 10 Prozent mit Kooperationen starten lasse. Und dann stellt sich sehr schnell ein stabiler mathematischer Zustand ein, der eben Kooperationen bedeutet. Und der vor allen Dingen nicht sofort umkippt, wenn ein Einzelner aus dem System ausschert. Also nur weil einer das Vertrauen missbraucht, kippt die mathematische Balance nicht wieder um. Und das System schlägt insgesamt nicht kooperativ um, sondern solange es weniger als 90 Prozent sind, bleibt es eben stabil und kippt nicht um. Und das ist ja die Erfahrung, die wir gemacht haben. Also wir haben umgedreht, wir haben gesagt, wir nehmen diese Misstrauenskultur, alles muss freigegeben werden, tauschen wir gegen die Vertrauenskultur, die kooperative Strategie. Deshalb hatten wir das Glück, dass wir von Anfang an im Minimum 20 Fans hatten, die da mitgemacht haben. Das sind bei uns dann eben deutlich mehr als die geforderten 10 Prozent. Bei den anderen wussten wir es schlicht nicht, wie sie waren, aber wir konnten sicher sein, die 10 Prozent sind da. Und dann hat sich tatsächlich das ergeben, dass sich nach einer ultra kurzen Einschwingphase, die war nur zwei Wochen, das System so stabilisiert hat auf Kooperation, dass danach kein Eingreifen mehr erforderlich war. Also niemand bei uns im Unternehmen kümmert sich um die Frage der Pflege, der Wiki-Prinzipien bei uns. Das läuft vollkommen selbstständig und stabil. Das heißt, auf alle Fälle wird es jederzeit wieder so machen? Jetzt, wo ich noch eine Erklärung dafür habe, sowieso. Also auch ohne Erklärung. Ich glaube, dass es in unserem Unternehmen keinen einzigen geben würde, der sich heute hinstellt und sagt, hätten wir es bloß nicht gemacht und wenn wir die Wahl hätten, eine andere Entscheidung treffen würde. Was waren damals deine Erwartungshaltungen, was waren deine Ängste und was ist denn davon dann auch wirklich eingetroffen oder was ist passiert, wo du überhaupt nicht mitgerechnet hast? Meine Erwartungshaltung war ziemlich eindeutig. Ich habe ja eine Zeit lang selber in offenen Projekten gearbeitet, bei Ubuntu und bei Wikipedia und da kann man das ja beobachten, wie es funktioniert, auch mit fantastischen Ergebnissen hochkomplexe Probleme gelöst werden. Nehmen wir jetzt mal Ubuntu zum Beispiel als Linux-Projekt. Das ist ja nicht trivial, ein Betriebssystem zu programmieren mit ganz vielen wechselseitigen Abhängigkeiten und ganz vielen Rollen, die da ausgefüllt werden müssen. Das funktioniert mit einer wirklich faszinierenden Qualität. Meiner Meinung nach deutlich effektiver, als das ein hierarchisch organisiertes Software-Erstellungsprojekt hat. Bei Wikipedia genau das Gleiche. Das heißt, meine Erwartung war schon, dass wenn man diese Prinzipien mit dem richtigen Werkzeug verbindet, in unserem Fall einem Wiki, dass wir die gleichen Effekte sehen werden, nämlich eine dramatische Aktivierung zusätzlicher Ressourcen, die ansonsten einfach brach liegen. Das war meine Erwartung. Die Risiken, die ich gesehen habe, waren zwei. Zu viele Missbräuche und das habe ich nicht ganz so stark gesehen, das Risiko. Aber viel schlimmer oder viel größer habe ich das Risiko gewichtet, das Ding kommt nicht an den Start und wird keine Aktivität bringen, weil das keiner versteht oder auch keiner Lust hat, noch eine zusätzliche Plattform zu pflegen. Und ich muss aus heutiger Sicht sagen, die positiven Erwartungen sind übererfüllt worden, die Risiken sind beide nicht eingetreten. Und warum glaubst du, ist das Risiko nicht, ich meine, für Letzteres haben wir Tit-for-Tat als Erklärung jetzt, warum wird es nicht missbraucht? Also der Nicht-Missbrauch ist ganz klar mathematisch abzuleiten aus dem Tit-for-Tat-Prinzip im Gefangenen-Dilemma. Man müsste jetzt vielleicht noch erklären, warum das überhaupt eine zulässige Analogie ist, aber das kann man ja auch nachlesen bei Wikipedia. Und das Nicht-Aktivierungsrisiko, dafür habe ich keine mathematische Erklärung, also warum das nicht stattgefunden hat. Wir haben natürlich ein paar Begleitmaßnahmen getroffen, die die Aktivierung wahrscheinlicher haben werden lassen. Zum Beispiel? Wir haben andere Plattformen zugemacht. Unser Intranet ist zugemacht worden, unsere Regelwerk-Datenbank ist zugemacht worden, wir haben ganze Serverbereiche stillgelegt, das heißt also, wenn man an die Information wollte, musste man ins Wiki rein. Dann haben wir von jedem verlangt, dass er sich zumindest ein Nutzerprofil anlegt. Das senkt die Hemmung, mit dem Wiki zu arbeiten, weil man danach die Syntax kann. Und wir haben angekündigt, dass zumindest die Anwendung der Wiki- Prinzipien ein regelmäßiger Bewertungsbestandteil wird bei uns. Und auch das ist interessant, die haben wir immer weiter zusammengekürzt und wir werden sie wahrscheinlich bald ganz streichen. Das heißt also, auch hier ist das System so stabil mittlerweile, dass es eigentlich überflüssiger Aufwand ist, dass wir das zweimal im Jahr im Bewertungsgespräch thematisieren. Jetzt könnte man ja trotzdem immer noch sagen, wir sind ein relativ kleiner Laden, über 20 Leute. Komplett anderes Thema als bei einer Deutschen Telekom oder bei einer IBM. Ist es ein komplett anderes Thema? Also darauf antworte ich gerne. Es gibt viel, viel größere Organisationen, die genauso funktionieren. Wikipedia arbeitet mit Hunderttausenden von Autoren, die Entwicklergemeinde bei Linux auch. Und es gibt keinen einzigen Hinweis, warum das nicht auch in einer viel größeren Organisation funktionieren kann. Es gibt meiner Meinung nach zwei mögliche Wege, wie man das machen kann, top down. Also Führungsriege nimmt das für sich in Anspruch und setzt das einfach durch. Das ist der Weg, den wir gegangen sind. Oder aber man nimmt die Analogie aus dem Gefangenen-Dilemma und fängt einfach an mit so einem Schichtmodell. Man nimmt also die erste autarke Organisationseinheit, eine Abteilung, Geschäftseinheit, stellt die um und lässt es langsam größer werden. Ich glaube, noch eine ganz abschließende, auch eine entscheidende oder wichtige Frage wäre, wie habt ihr das vorbereitet? Was waren die Vorbereitungen zu dem Tag, wo dieses Wiki dann wirklich an den Start ging, alles andere abgeschaltet wurde? Wenn man diesen Zeitraum mal wirklich in Wochen, Monate fasst, was habt ihr gemacht, wie habt ihr euch vorbereitet auf diesen Tag, wo das heiß geschaltet wurde? Okay, also wir haben zunächst vorstandsintern diskutiert. Das hat nicht lange gedauert, glaube ich, eine Stunde. Da waren wir uns sicher, wir machen das. Dann haben wir unseren Führungskräften Bescheid gesagt, was wir vorhaben und haben denen das Versprechen abgerungen, dass sie uns bitte nicht sabotieren dabei. Dann haben wir an die IT die Aufforderung gegeben, ladet uns bitte das Wiki runter, das Media-Wiki runter und installiert es. Das ist alles am gleichen Tag passiert. Und dann ist das Ding leer da gewesen. Dann habe ich eine Rundmelde geschickt, was wir vorhaben, habe das kurz beschrieben. Dann haben sich 20 Leute gemeldet, die sofort Unterstützung angesagt haben. Da haben wir ungefähr zwei Wochen gebraucht, um das Ding vorzustrukturieren und vorzubefüllen. Was heißt das Ding vorzustrukturieren und vorzustrukturieren? Es muss ja, die Artikel, wenn ich jetzt ein paar tausend Seiten da reinlege, müssen ja irgendeine Struktur rein. Und da haben wir dann, das habe ich in diesem Fall jetzt ich gemacht, habe ich jetzt die dreidimensionale Matrix einfach in der Artikelstruktur gleich angelegt. Also Projektportale, Prozessportale, Aufbau- und Abteilungsportale. Also die Matrix, die neue Matrix, die das Unternehmen dann haben soll. Genau. Die ist da abgebildet worden und dann haben wir eben mit diesen 20 Mithelfern, die wir hatten, haben wir Office-Dokumente, die wir hatten. Also unsere ganzen Prozessbeschreibungen waren alle auf Word, Excel, PowerPoint. Haben wir dann nach und nach ins Wiki reingehauen. Und das ist wirklich keine spaßige Arbeit, weil man, das geht nicht automatisch, sondern das muss man fast per Hand machen. Copy und Paste den Text rein- und nachformatieren. Alle Formatierungen sind weg, wenn man die ins Wiki hört. Und das hat nochmal zwei Wochen gedauert. Also das hat zwei Wochen gedauert. Dann ist es offiziell freigeschaltet worden. Und dann haben wir auch die ersten Datenbanken abgeschaltet und die ersten Serverstrukturen haben gelegt und haben dann gesagt, es geht los. Wir haben dann am Anfang gedacht, wir müssen umfangreich schulen. Das hat sich sehr schnell als Irrtum herausgestellt. Und dann ist das Ding von alleine losgegangen. Das ist eigentlich wirklich easy und wahnsinnig. Also im Prinzip nach vier Wochen stabil. Ja, ich glaube, das war es. Da fällt jetzt gerade nichts mehr an. Haben wir irgendwas vergessen, deine Meinung nach? Guck mal nach. Aber ich glaube, es ist echt alles drin. Ja. Ja. Okay.